Die Partie van de Arbeit ist eine niederländische politische Partei sozialdemokratischer Ausrichtung, die seit ihrer Gründung 1946 ununterbrochen in der Zweiten Kammer vertreten ist. Sie führt die Tradition der 1894 gegründeten Social-Demokratische Arbeiterspartie fort. Nach den Christdemokraten ist die PVDA traditionell die zweitgrößte Partei nach Mitgliedern. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie viermal den Ministerpräsidenten gestellt. Bei den Wahlen 2010 und 2012 wurde sie jeweils hinter der rechtsliberalen Volkspartie vor Freiheit und Demokratische zweitgrößte Fraktion in der Zweiten Kammer. Geschichte Social-Demokratische Arbeiterspartie vor dem Zweiten Weltkrieg dominierte im linken Lager die Social-Demokratische Arbeiterspartie, die 1894 gegründet worden war. Im Vergleich zur deutschen SPD entwickelte sie sich weniger schlagkräftig. Als Gründe wurden angeführt, dass die Partei in Konkurrenz zur SDB stand, einer Partei, die sich unter Ferdinand Doméla Nüvenhüs dem Anarchismus zuwandte, dass die Industrialisierung in den Niederlanden langsamer voranschritt, dass das Wahlrecht lange zeitärmere Bevölkerungsschichten ausschloss. Bereits 1909 trennte sich die radikal-marxistische SDP von der SDAP. Ein Mitbegründer und führender Politiker der SDAP war Henry van Kool, der durch sein Rededuell mit Kautsky auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart 1907 von sich reden machte. Kautsky wollte eine Ablehnung der europäischen Kolonialpolitik durchsetzen, was van Kool zu verhindern suchte. Zu den bekanntesten Anführern der SDAP zählte Jelis Trülstra. Er strebte 1919 die Revolution nach russischem und deutschem Vorbild an. Die Revolution misslang jedoch, da die Bevölkerung der Monarchie treu blieb. Die SDAP arbeitete parlamentarisch weiter, wurde aber von den anderen Parteien boykottiert. Erst 1939 gelangte sie in das Kabinett Gerbrendi. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen wurde die SDAP 1940 unter Aufsicht gestellt und kurz darauf aufgelöst. Nach der Befreiung wurde die Gründung einer großen linken Volkspartei unter Einschluss der linken Liberalen angestrebt. Am 9. Februar 1946 entstand die PVDR aus dem Zusammenschluss dreier Parteien, der SDAP, dem linksliberalen freisinnigen demokratischen Bund und der linksprotestantischen christlich-demokratischen Union. Obgleich die neue Partei auch Unterstützung aus dem Lager ehemaliger Widerstandskämpfer wie dem katholischen Christopher und protestantischen Bewegungen bekam, stand sie erkennbar in der Tradition der SDAP. Dortmund des Vorkriegssozialismus wurden freilich nach und nach aus den Parteistatuten entfernt. Erst 1973 kam sie wieder an die Regierung, nachdem sie in der vorangegangenen Wahl eine linke Plattform mit anderen Parteien gebildet hatte. 1977 wurde die Ministerpräsidentschaft unter Job den UYL durchaus an der Wahlurne belohnt. Aber seine linksorientierte Politik hatte Folgen für die Partei. Rechts spaltete sich die Partei Demokratisch-Socialisten-70 ab, die immerhin zwei Wahlperioden lang recht erfolgreich war und 1977 wollten sich die Christdemokraten nicht an einem Kabinett beteiligen, das von der neuen Linken innerhalb der PVDR dominiert sein würde. Die neue Linke war für Feminismus, dritte Weltproblematik und gesellschaftliche Reformen offen und wollte die DDR frühzeitig anerkennen. Längere Regierungsverantwortung trug die Partei erst wieder seit 1989 in einer Koalition unter dem Christdemokraten Lubbers. Diese Regierungsbeteiligung des pragmatischen Finanzministers W.I.M. Koch ist ihm vom Parteiveteranen, den UYL, sehr übel genommen worden. 1994 gelang es der PVDR erstmals eine Regierung ohne die Christdemokraten zustande zu bringen. Das Lila-Kabinett unter W.I.M. Koch aus Sozialdemokraten, Rechts- und Sozialliberalen führte Reformen rechtspolitischer Art durch und schien auch wirtschaftspolitisch erfolgreich zu sein. Die Wahl von 1998 bestätigte die Regierung und abermals wurde die PVDR stärkste Partei. Opposition und erneute Regierungsteilnahme 2007-Zehntel bei der Wahl 2002 stürzte die PVDR dramatisch ab, von 29 auf 15 Prozent. Vor allem der Siegeszug von P.I.M. Fortuin hatte dazu geführt. Aber auch die Regenerierung der Christdemokraten und der Rücktritt des Kabinetts wegen eines Berichts über ihr Verhalten während des Massakers von Srebrenica, Koks Kronprinz, der wenig charismatische Sozialminister Ed Melkert, konnte nicht überzeugen. Hinzu kamen negative Aspekte der Sozialpolitik des sozialliberalen Kabinetts. Mit einer Debatte über den Kombilon und die vielen arbeitsunfähig Geschriebenen. Die Opposition erhob den Vorwurf einer riesigen versteckten Arbeitslosigkeit. 2003 erholte sich die PVDR unter der Führung von Wutabos. 2006 folgten wieder Verluste. Von 2007 bis 2010 war die PVDR Juniorpartner in einer Regierung unter Jan-Peter Balkenende. Zu den größten Sorgen der Partei gehörten in den 2000er Jahren die Erfolge der socialistische Partie. Noch in den 1990ern war sie eine Splitterpartei, 2007 wurde sie mit 16,6% drittstärkste Partei auf Kosten der Grünen. Vor allem aber der PVDR. Seit dem Koalitionsbruch im Februar 2010 befand sich die PVDR wieder in der Opposition. Am 12. März 2010 gab der ehemalige Finanzminister Wutabos seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Als Kandidat für die Parteiführerschaft trat Job Cohen auf der deswegen am selben Tag als Bürgermeister von Amsterdam zurücktrat. Bei der Wahl im Juni 2010 erlitt die Partei leichte Verluste, wurde jedoch nach der VVD knapp zweitstärkste Kraft in der zweiten Kammer. 2012 legte die PVDR unter dem Spitzenkandidaten Deit-Erik-Samsam überraschend zu, musste sich aber wiederum der VVD geschlagen geben. Es wurde die Regierung Route 2 gebildet. Parteiführer Deit-Erik-Samsam seit 2012 der Regierungsbeteiligungen Die PVDR hat dreimal den Ministerpräsidenten gestellt. Als Juniorpartner war sie zudem mehrmals an Koalitionen beteiligt. 1945-1946 KVP-SDAP-AB-VDB 1946-1948 KVP-PVDA 1965-1966 KVP-PVDA-AB 1989-1994 CDA-PVDA 2007-2010 CDA-PVDA-CU Seit 2012 VVD-PVDA Wahlergebnisse und Wählerschaft Wählerschaft, obgleich die Bindung der Wähler zu politischen Bewegungen immer schwächer wird und die niederländische Politik oftmals gewaltige Wählerwanderungen von einer Partei zur anderen zu verzeichnen hat, lässt sich doch festhalten, dass die Anhängerschaft der PVDA besonders unter sozial schwachen Arbeitern, Einwanderern und der unteren Mittelschicht zu finden ist. In großen Städten fährt sie ihre besten Ergebnisse ein. In Nord-Brabant sowie Limburg hat sie weit weniger Befürworter. Zweite Kammer 1946 28,3% 29 Sitze 1948 25,6% 27 Sitze 1952 28,9% 30 Sitze 1956 32,6% 34 Sitze 1959 30,3% 48 Sitze 1963 28,0% 43 Sitze 1967 23,5% 37 Sitze 1971 24,5% 39 Sitze 1972 27,3% 43 Sitze 1977 37,3% 53 Sitze 1981 28,2% 44 Sitze 1982 30,4% 47 Sitze 1986 33,3% 52 Sitze 1989 31,9% 49 Sitze 1994 94 93,9% 37 Sitze 1998 29,0% 45 Sitze 2002 15,1% 23 Sitze 2003 27,3% 42 Sitze 2006 21,2% 33 Sitze 2006 21,2% 33 Sitze 2010 19,6% 30 Sitze 2012 24,8% 38 Sitze Tennessee 38,4% 41,1% 43,3% 80 Fitze Israel 24,8% 43,8% 41,3% 56,8% helium 55,6% 43,8% 48,2% 48,0% 48,2% 44,7% 48,2% 42,3% 48,3% 55,9% 41,3% 45,0% 48,3% 47,7% 48,0% 33,7% 53,000 41,2% 48,0% 48,4% 48,5% 49,3% 48,5% 48,400. Vielen Dank.